500 direkt auf das Licht zu bringt sie runter ok jetzt höre ich auf mit dem Vorlesen denn das hört ihr entweder selber oder ihr könnt ja selber lesen oder seid ihr immer noch im Kindergarten nicht lesen warte mal was will ich jetzt trinken jetzt rate mal was ich jetzt trinke warte mal ich muss nein ich mach jetzt mal das Mikrofon an äh lass es an aber ähm ja das wird euch ja nicht weiterhelfen ja egal ja ich kann nur einen Tipp geben das ist geschmacklos und es hat unsäure drin ja es ist nicht teuer das Getränk so weit wir wussten weil irgendwo in Teheran untergetauscht 50 bis ok ich ich ähm tschau nur was das irakische Kurdistan angeht ich würde sie gern was fragen Al-Bashir war sowas wie deren Kennedy wir hätten ihn dort lassen sollen das waren ihre Worte nein wessen sonst keine Ahnung und wir haben auch keine Ahnung wie ihr wir haben ganz schön große Stadt allerdings noch keine Waffenlaster die Müllen des Schicksals mahlen langsam nicht ich höre ich höre ja ich bin hier ich bin nicht gestorben in der Zwischenzeit und wir sollen übrigens noch eine Minute ja ok machen wir jetzt weiter so da ist komischerweise ein Licht warte mal ich mach mal kurz den Ventilator an ne und hier schalte ich das Mikrofon aus da ist Tame-Maker los geht's alle Misfit-Kennungen wir starten die Mission wiederhole Mission startet Sir verstanden Blackburn nimm den Mörser los 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 wir nehmen durch den Mörser mit da wir dem Mörser-Träger sind oh da wird schon heftig geschossen aber sowas von da benutzt jemand dem Mörser aber sind wir nicht wir aha ok dann ok dann den Handwerkmann gerade hinaus gerade heraus hinaus whatever so ok in das jetzt das ok ok Hier, deine Munition. Ahm. Das war das Signal. Jetzt gehen wir weiter. So. Wie komm ich hier hoch? Aha, du hilfst mir. Okay, danke. Ihhh, du bist verweiß. Schuh. Hunger. Nimm das. Ahm. So, jetzt ist er weg, unser Freund. Und wir haben unser Freund Eldin eliminiert. Aha, da ist... Warte, wir haben noch die Shotgun. Okay, gut. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Waffe heißt. Hier ist ja die Shotgun. Und ich glaub, das war die M10. Irgendwas noch. Und das ist... Wir haben jetzt entweder die Skla A oder die Skla L. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. So. Aber da hinten sind noch mehr. Ja, und da ist übrigens auch einer, der... Wie die Schirren will. Aber egal, da sind's ja noch. Wir nimmst mal die Shotgun hervor und BAM. Wir haben den natürlich nicht getroffen. Aber jetzt auf jeden Fall. Und irgendwie ist die Maus zu schnell. Ist mir auch scheißegal. Ähm. Ja. Oh. 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 Oh, oh, oh. Wir sind fast gestorren. Aber das macht mir doch gar nichts aus. Ich fähre mit ihm. Was soll's? Sterne. 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 Oh. 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 Also das ist. Das was ich für den Uwwerfer weiß. Es ist die SCAR H. Denn die hat nur ein, für sich schuss. Und die SCAR L. Sölte ein, 30er. Beziehungs Father 30. Ja. Und es macht Spaß. das hier nicht nur 15 Minuten aufzunehmen, sondern vielleicht 30, es muss ihm jeden nochmal töten. Mann, ich dachte, die Menschen sterben nur einmal, und nicht zweimal, und dann sterben die eben nochmal, wenn die das lustig verbinden, und dann sterben sie gleich dreimal. Ja. Natürlich. Dreimal. Verstehe. Mission. Mission. Operation. Lalalalala. Oh. 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 Ich meist mal komischerweise eine Granate drin. Jetzt, komm, spielen wir effektiver. So ist ja besser. Das wäre lustiger. So ist ja. So ist ja. Schlechter eher hätte man den besser. Na toll. So weit, so besser. Nochmal Granate, ne? So stellen wir gleich nochmal. Und das will ja kein Idiot. Okay, ich glaub, die sind jetzt. Hm. Tot. Gut. Hier hab ich mal eine Lücke am Deck. Was passiert hier? Sie hab ich hier niemand. Ähm. Der ist weg. Ah. Der ist weg. Der ist weg. Ah. Der ist weg. Mann. Hä? BTF? Was soll ich denn zerlegen, ihr Schweine? Was ist das denn? Ich meine, ich so... Ach, egal. Ich hab's doch schon gemacht, du Spast. Mann, ich will nicht diese Waffe, ich will meine Waffe zurück. Nämlich die... Ska-Ha, wusste ich doch. Ska-Ha will ich zurück. So. Was soll ich hier für einen machen? So ein Wack, wie es ausscheinend. So. Egal. Jetzt halt einfach weiter. Oh ja, hier ist noch ein NG. Ähm... Ja, wir versuchen trotzdem hier hochzukommen. Ich schmeiß da an, ne, grad... Hä? Wie hat das jetzt gemacht? Aber trotzdem war das sehr... Nice, was tut mir da den Lassen des Moins freund. Was willst du denn hier? Ich zieh das noch auf die Zielstellen und schieße sogar. Was wollte ich mir? Ah, hier ist noch eine, ne? Wird auch nicht egal. Ich geh jetzt einfach rein, ist mir scheißegal, was die... Nein, ich zerleg niemand. So, wo muss ich jetzt hin? Ach so, ich muss warten, oder? Ah, hier. So. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Jetzt nehme ich mal die Schöne hin vor. Oh, ja. Lässe aus. Und er an. Ist mir scheißegal. Nochmal aufbrechen. Bam. Ähm. Was gesichtet ist. Wir sind noch... 2 bis 3 Gegner. So. Ich mach den Lässe jetzt nicht aus. Oh. Noch ausleben! Aber das ist doch unser, unser, unser Freund. Der, 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 der. Ähm, ja. Irgendetwas so in der Art. Einsteigen. Autofahren. Soll ich es trinken? Ich hab das, ähm, Getränk fertig getrunken und das Angetränk... Getränk. Ah, fertig getrunken. Was soll ich jetzt noch trinken? Ne, hab hier noch ein bisschen Wasser. Das trinkt jetzt auch mal. So, jetzt ist es auch leer. Ja, das war ein Hinweis für das erste Getränk. So. Bestätigt. Ich habe mich gerade zugestimmt daran, Hitler zu beraten, aber wir schließen uns nicht selbst und nehmen Ihnen die Arbeit an. So, wie ihr es bereits gesehen hinkt. Weil das Spiel speichert und ihr wisst, was das so bedeuten hat. Im Himmel beendet ich die Aufnahme, aber wie ich es schon gesagt habe, mache ich 30 Minuten. Deshalb, ja, laufe ich jetzt ein bisschen durch die Gegend und mache ein Blödsinn. Ich sterbe dabei. Nicht. Nein. Vergiss es, Mann. Und bist du nett, Mann. Ja, okay, nein, das war ein Scherz. Ich mache jetzt bitte. Ja, dann hier mit Beendicht die Aufnahme und ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge Battlefield 3. Ciao. Ciao, habe ich gesagt. Du Spacko. Ciao. Ciao. So. Ciao.